Es hat irgendwie, wie bei Frisch ist das letzte Mal, lädt es gerade nicht richtig. Das ist doch ein unglaubliches Problem. Ja, ist es nicht, aber ich sag es trotzdem. Die Map war, äh, Ku-Karke. Lieber was? Da bin ich aber ganz gut auf Toilette. Ja, macht mal. Ja, ja, greift mir eine Postkarte. Mach ich, ich bring dir auch was mit. Moment. Oh, geil. Hoffentlich Schokolade. Ku-Karke, um mich nochmal zu wiederholen. Ku-Karke? Was das bedeutet? Also Ku-Kar. Das bedeutet. Ja, das wäre irgendwie Ku-Kar oder E oder so am Ende. Das wäre eine Abkürzung. Ne, Ku-Karke. 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 Ist nicht schlecht, aber ich muss hier gerade, ich glaube ich muss mal wieder meinen Steam neu laden. Ey, Sio? Ja. Ne, wo schlafen Fische? Keine Ahnung, wo? Im Flussbett. Es geht im Tisch. Der war so nice. Nein, war er eigentlich nicht. Ne, hab schon bessere gehört. Oh, das war der beste Witz, den ich jemals erzählt habe. Nein. Dann ist das ziemlich traurig. Ich weiß nicht. Das hört sich ziemlich traurig an. Mein Leben ist auch ziemlich traurig. Was? Bitte? Oh. Und was? Danke. Die Tolle, dass du mit Freunden hast, hat er wohl nicht so angehängt. Sorry. Ich hab nichts gesagt. Hä? Was? 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 Nichts? Was? Hä? 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 Was? Was? Hast du eine Map jetzt? Äh, eine Map. Ich kann dir gar nicht sagen, was für eine Map. Ich gehe einfach erstmal nach der Reihenfolge, wie ich hier meine Maps habe. So, wir hoffen, dass es nicht ewig und drei Tage dauert bei mir. Oh, alles gut. Digi, brauch ich ja noch. Warte, mein Ding ist gerade etwas schief. Ah, jetzt bin ich drin. Ach, geschafft. Ich hatte schon. Ah, jetzt ist er besser. Trails. Regenbogen. Jep, das sieht schön aus. Hier ist mein Cowboy-Hut und kommen wir gleich. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette ohne Ziele. Hast du mich umzingelt, werde ich mich ergeben. Ja. Gut aufladen. Tick mich an den Martervall. Komm, hua, das lass doch raus. So, wie beim ersten Mal. Hm. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr für eine Karte... Wie war das nochmal, Aldaria? Du hast, ich versuch grad mal kurz die... Du hast die ultrageilsten Maps für Golfe drunter geladen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Aussage der Wahrheit entspricht. Diese hier ist es noch nicht. Hat sie wirklich ultrageil gesagt? Ich fand die eben ultrascheiße. Ja, das war ja auch eine alte Karte. Mann, die Neuen kommen doch noch. Ich wollte ja warten, bis Sio da ist. Das ist sehr nett von dir. Damit du das auch miterlebst. Yay. Aber jetzt wird's ultrageil. Nein, jetzt noch nicht. Die Map, der ihnen danach kommt. Die Map, der danach kommt. Komm, wir sind vom Regen in den Tauch. Nein, die Map. Das ist doch die One, One... Ja, Hole in. Das ist aber nicht die, wo du 30 verschiedene... äh, wo du freie Löcher wählen kannst. Das ist, äh, immer noch normal. Aber Hole in. Ich bin letzter. Wieso bin ich letzter? Warum hast du nice auf den Kopf? Nee, immer eins runtergefallen. Voll das kann. Nee. Yay. Uuuuhu. Grasland. Mäßig. Okay. Können wir jetzt anfangen? Yep. Ey, wer war das? Ich nicht. Das war ich, sorry. Wo müssen wir überhaupt? Oh, ich seh schon. Auf die Kante. Sag mal. Ey, Digi, bist du ein schwarzes Ei? Ein schwarzes Ei, was heißt? Ich bin einfach nur ein schwarzer Ball. Was sag ich? Wie immer, ich mach da ja nicht großartig. Irgendwas mit Tralala, Ufflata. Ich hab ein Paar. Ja, komm schon. Ich hab ein Paar. Das ist schön für dich. Aber ein Paar von was? So. Wieso wird mir nicht angezeigt, wie viele Schläge ich schon habe? Nein, geil. Volumiert gerade aber auch nicht. Ne, mir auch nicht. Anders macht das Ganze doch spannender. Also ich hab nichts anderes eingestellt. Das kann an der... Jetzt weiß ich, was du meinst mit Mega-Geil. Man sieht seine Schläge nicht. Das ist Mega-Geil. Nein, die Karte meint ich doch noch nicht. Die zählt doch dann noch nicht mit rein. Aber warum seht ihr auch die Schläge nicht? Das wird witzig. Ich seh mal die Schläge. Ich glaube nicht. Na, Schnigge. Schnigge-Schnugel. Das wird nicht witzig. Und ich bin darüber geflogen. Nein! Nein! Ey! Ihr könnt auch den weiten Weg drum herum gehen. Ach, geschafft! Ihr müsst nicht unbedingt durch das... Nein! So. Wie liege ich denn jetzt? Ich seh hier nichts. Das ist... Du liegst hier, du Eis. Ohne Eis kein Fleiß. Nee, warte. Das war so. Oh! Digi, wir haben Gleichstand, oder? Ah, nee, doch nicht. Nicht? Sio! Ja? Ja! Ja! Hast du über dem Jenseits jetzt geguckt? Nein, noch nicht. Nein! Leider. Ich hatte... Nicht unbedingt mit anderen Sachen zu tun, aber ich hab mich dran gedacht. Das ist nicht schlimm. Sorry. Wo klein ich denn jetzt? Ach Gott, nicht dafür. Sorry, im kurzen Füllen. Juhu! Ja, klar. Er macht ein Hole-In, ne? Hole-In. Das kleine Arschgesicht, ey. Er hat ein Hole-In. Weil sie sich aber groß beschweren über den Westen. Wer? Frütte! Wer wohl? Wer macht denn hier immer Hole-In? Du hast gerade gesagt, Kaya machen Hole-In. Natürlich. Nein! Ach so, da hab ich's falsch verstanden. Sorry. Danke, Sio. Oh, hab ich dich angestupst? Ja, war aber eine gute Idee von dir. Wow! Wo lande ich denn? Dass du jetzt nicht mehr... Woanders. Ah, komm schon. Oh, fuck. Ah! Ja, danke. So, jetzt aber. Jetzt aber. Nein! Oh Gott! Ah, nicht genug Schläger. Nicht genug Schlagkraft. Jetzt aber. Warum sind wir schon wieder gleichsternd? Also dreckig. Okay. Nein, so sollte ich das nicht machen. Na, egal. Point. Oh, das ist ja mies hier. Nein! Slow and steady wins the race. Wie man so schön sagt. Ich war auch vor diesem Loch, warum hat er mich jetzt wieder zurückgesetzt? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht mag er dich nicht. Oder das Loch mag dich nicht. Das kann ich verstehen, aber trotzdem ist es unfair. Ja, das ist es. Ich glaub, du musst gar nicht da hin. Du musst, glaub ich, du musst den Gang entlang, genau. Ja, da oben kann man nur ins Rohr rein. Das Rohr. Dann hat man ein Hole in. Da oben war das Rohr. So hab ich's eben nämlich auch geschafft. Lass mich raten, ihr seid alle schon drin? Nein, gar nicht. Nein, nein. Aber lass dich nicht stressen, du. Ey, komm, jetzt ist echt... Du bist gleich drin. Ich hab ihm gesagt, lass dich nicht stressen. Jünger. Ich bin immer entspannt. Lass, was zerlege ich gleich hier in meiner Wohnung. Mal gucken. Ich bin immer entspannt. So, okay. Das wird witzig. Wir müssen schätzungsweise... Juhu, hole in one. Oh, fuck. Hole in one. Okay, Aldaria, wie oft hast du das schon gespielt, dass du hier ein Hole in one machst? Ich seh schon, man muss da hoch jetzt irgendwie. Ich bin einfach nur ins Fass reingekommen direkt. Ich bin ins Fässchen rein. Jaja. Du kannst doch unter dem Fass landen erstmal. Ja. Und dann die Rampe nehmen. Also eigentlich müsste ich mich mit Fässern auskennen, aber... Ja, du bist doch fresh from the barrel, Jünger. Ich muss mich doch eigentlich eher mit Fässern auskennen. Ich meine, ich bin mit einem Fass zusammen... Alter, Fass perfekt hingelegt, ey. Guck's dir an. Fass perfekt. Fass perfekt. Fass perfekt. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da hoch ist da die kleine Mini-Rampe hoch. Das was ist... Du musst die Rampe, dann... Du musst... Die Rampe, genau. Und dann... Nicht so! Du musst ins... Du legst dich gerade davor. Du musst ins Fass. Ja toll, möglichst gerade davor. In das... In das Fass. Ja, 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 ja. Jetzt bist du ein Grada vielleicht. Danke für die Info. Du musst in Grada. Du musst in die Barrel gehen, yo. Mein Geduld ist schon gereiht. Aber dieser Moment, wenn schon alles drin ist... Ach komm, ich war schon im Fass, Mann. Ey, komm. Ja, war doch auch in Ordnung. Ich war schon im Frisches vom Fass. Vertrapp noch mal. Nein, ich bin auf den Tomaten. Hm, yummy. Ich bin auf den Tomaten. Ist das... Nein, das war nicht gut. Aber du bist zurückgesetzt. Das ist nicht so toll. Hallo, mein schwarter Freund. Oh, nö, wo wir gehen jetzt hier? Hallo. Schicker Zylinder. Hallo, danke. Bitte. Ähm... Wie hat sich das Obama bezeichnet? Warum? Weil ich ein schwarzer Ball mit einem Zylinder bin. Ah. Oh, jetzt warten wir nur auf Fass jetzt. Ey, ich mag Obama. Also von daher. Ja, ich mag Obama auch. Also ich hab nichts gegen ihn persönlich. Ja, ich kenn ihn nicht persönlich, aber ich find ihn cool. Ich hab nichts Legales. Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne... Bob der Baumeister zitiert oder so. Das muss man einfach... Nee, äh, der ist schon cool. Jetzt wir kehren halt davon. Mr. Be... Bebob. Nein. Was sag ich da? Oh. Ist das schon wieder ne... Ah. Okay. Okay. Autsch. Yo, Obama. Alles fit? H3. So schwer kann's nicht sein eigentlich. Nein. Ach. Entschuldigung. Wir haben beide gleichzeitig geschlagen. Juhu, bin drin. Jetzt aber. So, jetzt bin ich auch drüben wenigstens schon mal. Nein. Der gute Dickel lässt sich auf jeden Fall auch Zeit. Dickel. Dickel ist drin. Dickel ist drin. Wenn ich drüber nachdenke. Aber die Musik hier ist auch cool. Ja, hat was. Ah, zu weit ge... Oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nicht die Felsen wieder runterkullern. Ah, okay. Ich verstehe. Nein, ich verstehe. Ich verstehe überhaupt nicht. Aber wir müssen ganz nach oben. Ja. Oh Gott. Oh nein. Ja. Wo kommt es die Klofrau, ey? Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Juhu. Hallo. Hi. Hallo. Ach so. Das gibt es doch hier gar nicht doch. Die Pflege. Digi, 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 komm zu uns. Komm zu. Join us. Join us. Ja, du auch, aber auch. Ja, wenn ich doch schon... Ach, frische Sistas. Hammer, Alter, was war denn das für ein Fluch? Unsere kleine Eistüte. So, pass auf, alle vier. Unser kleines... Alle haben vier. Unser kleines Schlumpfeis. Unser kleines Schlumpfeisten. Und alle hatten vier Fläge. Er hat Schlumpf gesagt. Wie schön ist das denn? Wot? Okay. Oh. Hallo. Hallo. Oh. 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 Gut, ich dachte jetzt schon nicht wirklich... Ja, ich hatte auch erst die Angst. Eigentlich, 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 eigentlich... Ich bleibe immer so schwer. Sag ihr so. Eigentlich ist ja auch nur eigentlich. Hey, Digi, wir sind... Ich höre das Schrei bis hier unten. Knopf, bevor er passiert. Knopf, bevor es passiert. Okay, das wird interessant. Du hörst ihm noch vor der Internetverzögerung. Geil. Ah, Mist. Ah, ich verstehe. Ich höre ihn, bevor ihr alle es hört. Ich verstehe. Nein. Ah, ich habe Stiel geschafft. Nice. Hui, hui, hui. Ja, er legt mich doch. Durch das Rohr, durch das Rohr. Yay. Geschafft. Ich verstehe das Prinzip, aber... Ich verstehe das. Du hast es geschafft. Ja. Ihr seid alle frisch im Körbchen. Frisch im Körbchen. Äh, im... Oder... Frisches im Körbchen. Ja. Frisches vom Fass und frisches im Körbchen. Jetzt auch in ihrem Edeka. Ja. Beste Wurge. Ich... Ich habe dich angeschubst. Ich fresse einen Besen. Wer hat mich da angeschubst? Ich. Danke. Gerne. Ich bin drin. Gerne doch. Mit zwei Schlägen. Nein. So. Ich komme mit fünf rein. Nein, mal mit vier. Ich auch mit zwei. Danke, Sio. Alles über vier. Danke schön. Ah, wie geil. Okay. Ah, okay. Ich verstehe. Wo roll ich hin? Was passiert hier? Okay, ich bin... Ah, 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 ah. Wir müssen wieder einen kleinen Sprung machen. Oh, ah. Ih, 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 hua. Wir müssen die Chance... Chance, Chance, Chance nutzen. Und die Chance... Hole in one. Hi, Adai, Joppen. Hole in one. Ich sie das einfach alles schon kennen. Und ich sie so tut, so. Nein, das war zufällig. Ich glaube, ich kenne es wirklich nicht. Nein, ich kenne es wirklich nicht. Das war zufällig. Alles verfahren. Ich meine, der heißt Juno Hole in one. Ich wusste auch nicht, dass wenn ich da oben auf dieses Brett gehe, dass ich dann automatisch in dieses, äh, in die Rolle da reinrolle. In die Röhre. Du musst die Sprungschanze benutzen. Äh, ich? Ja, du. Hm? Äh, du bist doch gerade noch der Einzige, der auf dem Feld ist, so. Ja, ich wollte das nachtesten, wo sie das gemacht hat, ey. Ich muss auf das Ding da drauf. Sie ist auf das Ding draufgegangen. Direkt am Anfang, auf das Brett. Auf den, äh... Ich glaube, die Eiswaffel bringt dir kein Glück, nur was anderes. Nee. Die miese Scheiße ist die. Nehmen wir da dann, äh... Das ist keine Eiswaffel, das ist eine Scheißwaffel. Dankeschön, Dankeschön, ich bin die ganze Woche hier. Äh, äh... Also nein, bin ich nicht. Äh, äh... Ja. Okay. Ach, komm. Nein. 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 Ach, komm schon. Es ist ein Paar. Oh, die Fässer sind ja weiß. Wie sie das einfach schon alles kennt, ey, ohne Scheiß. Wieso? Fässer ist doch auch schon fast da. Ach, komm. Der liegt doch auch schon davor. So, ist doch auch schon drin. Äh, äh... Er darf das ja auch. Warum darf ich das nicht? Weil du eine Frau bist. Und du bist ein weiterer, und? Okay, vergisst du sich. Die ganze frauenfeindliche Sache, die ihr... Ich hab keinen Bock mehr. Oh. Nur weil ihr alles Frauen seid. Insgeheim. Hast du eben schon mal gewonnen eigentlich? Ey, wie viel sind die alles in geheimen Frauen? Wollte ich nicht. Hast du eben schon mal gewonnen? Äh, ja. Die erste... Map habe ich auch schon mal gewonnen. Okay, das willst du nichts. Ich wollte es gerade zeigen. Ich habe es auch zweimal versucht. Nein. Will nicht. Nee. So, jetzt habe ich... Immerhin, das habe ich geschafft. So. Na, wenigstens eine Map, wo ich mal gewonnen habe. Okay. Nein! Ah, komm. Toll. Wo wolle ich jetzt hin? Nein, das wird nichts. Na ja, was soll's. Dann halt auf die alt-omodische Art, wenn man so schon sagt. Geh mal den langen Weg. Nein! Die zähnische Rute, wie man immer... Wie man sagen könnte. Yep. Huch. Ach, da war noch ein Fels. Ich will das schaffen! Immer dieses, ich will, ich will, ich will. Ja, wenn man es nur mal will. Ich will, ich möchte es schaffen. Nein! Oder ich hätte Lust, es zu schaffen. Oder was weiß ich. Nein! Oh, ich hasse es! Kann ich verstehen. Bloß nicht aufregen, weil... Nein! Nein! Ich reg mich nicht auf! Nicht? Ist das ein freundliches Gesicht? Okay, letzte drei Löcher, meine Damen und Herren. Gib dir gleich die letzten drei Löcher, ey. So weit kommt's noch. What? Wollt du Schnitzel? Oh, Schnitzel? Hat das wer? Nein. Ja, nö, hab ich grad nicht. Ja, leg mich doch hier! Soll ich hochkommen? Ich komm jetzt zu dir hoch, hm? Ach, so eine ist das. Oh boy, das wird witzig. So eine ist das, sagt er. So eine Map ist das. Ach, komm! Ich meine, werde ich nicht letzter. Gut, dass Sio jetzt dabei ist. Alter! Naja, ich geb's zu. Jetzt. Ach, komm, bleib ich den. Unter ihm, ja. So seine Geduld, ey, Sio, super. Komm, jetzt so. Also ich hab nicht so viel Geduld, ne? Warst du nicht einmal vor mir? Ja, wer? Ich? Jo. Nö, ich war nicht vor dir. Ob allgemein oder jetzt hier? Allgemein. Ich glaub, vielleicht war das sogar einmal der Fall. Aber hier nicht mehr. Guck mal, wir haben ja auch noch nicht so oft gespielt. Was bin ich denn da? Nö, 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 nö. Ich seh schon, was das ist. Nein, fast. Du Scheiße. Ah, muss ich mir Schwung reinlegen. Nein! Wie soll man es bitte schon nach da hinten schaffen? Also ich schaff's fast immer. Nicht springen, nicht springen. Das war zu weit. Gibt's hier irgendwo eine Ausweg? Keine. Auch das war zu weit. Fürschen hat's geschafft. Natürlich. Ah! Natürlich. Ja, stäng jetzt. Ich mach doch schon extrem viel Schwung. Oh, Ivy ist drin. Nenn mich nicht so. Du hast gewonnen, Ivy. Das ist nicht uneinholbar. Nenn mich nicht so. Du sollst mich nicht Siro nennen und sie nicht Ivy. Ja, ich kling wie ein Deodorant. Ivy. Das ist Deodorant für Streamer. Ich kenne mich so, dass ihr euch Siro und Ivy nennt. Ey, da hab ich ja nicht Ivy genannt. Ich heiße Siro. Nee, weißt du, das klingt eher nach Ivy. Aber du hast das schon öfter mal gesagt, also. Der Hammer ist 1864. Damals. Oh, null Schläge. Oh, null Schläge. Nice. Oh, ich hab einen pinken Cowboyhut bekommen. Das passt, ja. Ich glaub, den werde ich jetzt einfach nur so zum Spaß tragen. So, dann nehm ich mal eine der coolen Maps. Der ultrageilen. Der ultrageilen. Wie du so geschrieben hast. Jetzt kommt's. Ja, oh Gott, das wird cool. So. Das wird echt mega cool. Frisches denkt sich so schon. Ach, nö. Unter mir liegt ein Hund und ich trete dir die ganze Zeit auf den Boden. Was? Gibst du noch? Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Das Cleo an. 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 Bis zum nächsten Mal.